Ja, einen schönen guten Tag. Ich melde mich heute bei Ihnen mit einem etwas anderen Setup, nämlich dem Setup, was ich für das Stream benutze. Und nachdem jetzt unter anderem von Susanne Flach Fragen aufkamen, wie ich das am gescheitesten löse, habe ich gedacht, stelle ich Ihnen doch ganz einfach mal das Setup ein wenig genauer vor. Ich arbeite hier im Moment jetzt gerade mit einem Setup von Logitech, also einer Logitech Crew. Deswegen klingt meine Stimme wahrscheinlich auch ein wenig hallig. Das ist normalerweise für Skype-Konferenz-Schaltungen gedacht, mit denen man bis zu acht Personen problemlos an einem Tisch sitzen kann und diskutieren kann. Ich halte Ihnen das ganz kurz mal ganz kurz in die Kamera. Das heißt, das ist die Station, durch die man einspricht. Und Sie sehen mich gerade durch die Kamera, die ich auch beliebig verstellen kann. Das heißt, den Fokus ändern kann, zoomen kann und so weiter und so fort. Das Ganze brauche ich jetzt natürlich nicht, ist aber für Gruppendiskussion sinnvoll. Sie sehen im Moment die Oberfläche von Streamlabs OBS, das ich für das Streaming Richtung YouTube verwende. Und ich würde Ihnen ganz gerne erstmal die Plattform ein wenig vorstellen, sodass Sie dann einen Eindruck bekommen, wie man da gut Material einspeisen kann, wie Sie das dann im Endeffekt sehen. Sie haben hier zunächst zwei Optionen, nämlich einmal, auch das dürfte für die meisten interessant sein. Nämlich, dass man das Video direkt aufzeichnet und dann später vielleicht nach einer Bearbeitung online stellt. Das kommt für mich eher nicht mehr in Frage, da ich gern mir die Nachbearbeitung sparen möchte. Deswegen verwende ich hier nur das Livestream in Richtung YouTube. Das funktioniert auch in ordentlichen WLAN-Umgebungen sehr gut. Bisher bin ich nur zwei-, dreimal negativ überrascht worden und bereue das dann im Nachhinein, das nicht aufgezeichnet zu haben. In Summe ist es aber tatsächlich so, dass das Livestreaming reibungslos funktioniert, zumindest an der Universität, an der ich bin. Und möglicherweise ist das an anderen Universitäten ähnlich. Das kommt da einfach auf einen Versuch drauf an. Sie sehen in dieser Oberfläche bei Streamlabs OBS, dass Sie unterschiedliche Szenen einstellen können. Ich würde jetzt mal ganz kurz hier durchgehen. Ich benutze in der Regel eine Variante hier für diesen Standard und kann Ihnen aber auch noch zeigen, dass ich in einer anderen Situation zum Beispiel setze auf diese Variante. Nämlich, das ist die Vorlage, die ich benutze für die kleine Reihe Literatur fürs Studium. Das sehen Sie hier. Sie können unterschiedliche Einstellungen anwählen und dann entsprechend mit einem einfachen Klick umstellen. Und ich wechsle jetzt mal in die Standardansicht für die Vorträge und für die Lehre, die ich dort normalerweise verwende. Sie sehen hier haben Sie unterschiedliche Layer, also unterschiedliche Schnittmöglichkeiten, an die Sie wechseln können. Das ist die Standardansicht. Dann sehen Sie hier eine Standardansicht für die Präsentation. Da sage ich gleich noch was dazu. Sie können diese Einsichten natürlich auch wechseln und es gibt für alles entsprechende Shortcuts. Und das ist die Abschlussfolie. Da Sie während der anderen Präsentation natürlich nicht sich in OBS bewegen, verwenden Sie Tastatur-Shortcuts, die ich mir hinterlegt habe. Das heißt, eins wäre die Startfolie, zwei ist die Präsentation, die Kamera auf die Kamera schalte ich mit fünf und den Abschlussscreen sehen Sie mit sechs. Dass Folgendes nämlich möglich wird, und das zeige ich Ihnen gleich. Sie haben das bei der Präsentation vielleicht schon gesehen, dass hier dahinter eine PDF liegt. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, PDFs hier einzubetten. Sie sehen, dass die PDF hier über die Präsentation, das ist der entsprechende Layer hier in diesem Feld, über die Präsentation eingebettet wird. Und an dieser Szene würde ich Ihnen ganz gern zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, Sie sehen, das ist jetzt hier unsortiert. Also Sie sehen, dass Sie eigene Grafiken hinterlegen können, wie Sie ein- und ausblenden können, wie diese Glocke für die Benachrichtigungen via YouTube. Dann sehen Sie hier die Kamera, in die ich gerade nicht schaue, weil ich auf den Monitor blicke. Die können Sie ebenfalls an- und ausschalten. Danach unterschiedliche Textoptionen. Hier der Hinweis auf Telegram. Das ist eine Möglichkeit, mit unterschiedlichen Titeln zu arbeiten. Sie sehen hier eingeblendet der letzte Titel eines Vortrags, den ich verwendet habe. Und aus dem Stream für die Vorlesungen kennen Sie diesen Titel, den ich dafür verwende. Denken Sie bitte nur noch dran, es passiert mir auch leider ab und zu, dass Sie die entsprechenden Titel vor der Veranstaltung umstellen. Dann haben wir hier einen Hintergrund, der für alle Formate, also das heißt für die Vorlesungen und für die Vorträge identisch ist. Und hier einen Mikrofon-Layer, der im Moment gekoppelt ist an die Logitech Group, aber nicht aufzeichnet. Ich will Ihnen nur den Pegel zeigen, damit Sie sehen, wie das Ganze funktioniert. Sie können auch das natürlich stillstellen und auf Audio gehen und so weiter. Und kommen wir aber mal auf die Präsentation zurück und den Vorteil mit einer PDF zu arbeiten. Dafür habe ich Ihnen hier den Acrobat Reader schon mal geöffnet. Ich würde jetzt hier auf Vollbild gehen und dann sehen Sie folgendes, dass ich hier in der Präsentation die PDF habe, die ich ganz normal steuern kann. Und in dem OBS, den Sie jetzt wieder sehen, sieht das Ganze so aus, dass Sie mit Pfeiltasten zeige ich, illustriere ich auch kurz hier natürlich besser nicht rumspielen sollten. Sondern aber, dass Sie hier zwischen den einzelnen Szenen umschalten können. Und dafür brauchen Sie die Tastatur Shortcuts, um dann sich in der PDF bewegen zu können. Ich illustriere Ihnen das auch gleich noch, dass das tatsächlich funktioniert und dass ich Ihnen hier keinen Bären aufbinde. Moment, ich blende mal die Präsentation, schalte jetzt auf den Acrobat Reader, gehe jetzt hier die Slides mal durch. Das sind die Startfolgen für die Vorlesung Ideologie und Macht aus diesem Sommersemester. Und müssen wir hier ganz kurz tatsächlich raus scrollen. Ideologie und Macht. Und ich bleibe mal stehen bei dieser recht eindrücklichen Folie. Und würde Ihnen jetzt mal auf die Kamera stellen mit Shortcut. Und wechsle jetzt mal in den OBS für je nachdem, was Sie dann sehen. Und sehen Sie hier, das ist dieser Kamera Shortcut gewesen. Das heißt, die Präsentation ist klein. Und die ist auf die Kamera geschaltet. Das Ganze können Sie auch zurückgehen. Und das wäre die normale Präsentation. Und wenn Sie dann wieder zurück wechseln, sehen Sie, das ist alles funktional treibungslos. Ich bleibe jetzt mal bei dieser Folie stehen. Und next jetzt nochmal in den OBS für. Und dann sehen Sie, das funktioniert treibungslos, sodass Sie Bild und Ton Präsentation zusammen bekommen. Und dann ganz beliebig noch zwischen den unterschiedlichen Slides wechseln können, sodass Sie dann auch abschließend zum Beispiel diesen Screen zeigen können. Und so weiter sehe ich gerade, dass da mit dem Kamerafenster irgendwas Präsentationsfenster nicht stimmt. Okay. Also das heißt, so viel zur Software. Welche Hardware verwende ich dafür? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe hier ein Dell Notebook stehen, das halbwegs potent ist und arbeite mit folgender Hardware, die ich überall mit hinnehmen kann. Das eine ist, das zeige ich Ihnen hier. Das ist eine Logitech 920 HD Pro. So heißt sie, glaube ich. Ist überall zu bekommen. Gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die größte Unsicherheit bestand für mich daran festzustellen, ob sie denn mit einer USB-Verlängerung zusammenarbeitet. Das tut sie. Und zwar mit dieser hier. Das sind 5 Meter. Ich schalte Ihnen jetzt mal zum Spaß auf die Kamera und stelle mal die Kamera um, sodass Sie das besser sehen können. Sehen Sie da. Also das ist die Logitech 1080 Pro, äh 29 HD. So heißt sie. Und ich stelle Ihnen jetzt mal hier die Kamera um kurz. Und zwar genau auf diese Kamera. Und das lassen Sie das mal sehen. Das war falsch. Da ist der Capture Device. Ich stelle mal auf diese Kamera um. Sie sehen, das funktioniert als reibungslos. Das ist also die Kamera, die ich gerade für die Aufzeichnung verwende. Das ist nochmal die Tonanlage. Und hier sehen Sie ein wundervolles 5 Meter langes USB-Verlängerungskabel, mit dem ich die Kamera wunderbar im Raum platzieren kann. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass Sie, ähm, da ist nochmal der Screen. So sieht das für mich aus. Also dieser, das Dell, äh, Netbook. Und an dieser Kamera dran ist ein Mini-Stativ. Das zeige ich Ihnen auch. Also Mini-Stativ, ein alles Mögliche dafür verwenden. Ähm, so dass Sie einen stabilen Stand hat. Und ich zeige Ihnen auch gleich den Vorteil. Dazu muss ich allerdings normal die Kamera umstellen. Ähm, zeige Ihnen auch gleich den Vorteil im Moment. Da ist die Kamera, die wir gerade verwendet haben. Und zwar, Sie können die Kamera in der Vertikalen, ähm, bewegen über einen Arm, der hier angebracht ist. Und, äh, Sie können auch den Kamerakopf selbst noch schwenken. Und dann mit diesem, äh, ähm, Tripods können Sie die Kamera platzieren, wo Sie wollen. Und erreichen, an und für sich, in dem typischen Vorlesungssaal auch eine sehr schöne Perspektive aus einer entsprechenden Entfernung. Ähm, ähm, ist ein Rund- und zurücklose Paket, würde ich sagen, was die Kamera angeht. So, kommen wir mal zu dem, ähm, ähm, zu der Frage Mikrofon. Ein Mikrofon habe ich nicht lange damit rumgeschlagen, was ich jetzt mache, die Freisprechereinrichtungen. Es taugt alles nichts. Ähm, und da ich dazu neige, mich sehr viel im Raum zu bewegen, das muss nicht für alle von Ihnen gelten. Also wer von Ihnen zum Beispiel gern steht, kann mit einem Richtmikrofon, glaube ich, ähm, ähm, sehr gute Ergebnisse erzielen. Für mich ist das allerdings, funktioniert das nicht. Ich verwende für die Audioaufnahmen in Vorlesung und Vorträgen ein, äh, Sanson, äh, Stage-Kit zusammen mit einem Headset-Mikrofon. Ähm, ähm, das ist relativ unauffällig, äh, und lässt sich sehr, sehr gut am Kopf tragen. Ist auch für die Bauart, da war ich am Anfang sehr schockiert, relativ robust. Und das einzige, was ich noch nicht lösen konnte, ist, äh, die Frage, wie ich das alles am besten transportiere. Ich muss ehrlich sagen, ich behelfe mir im Moment mit einem solch hässlichen Plastikding, ähm, das ich vor Vorträgen und in Vorlesungen dann auch ganz gut verstecke. Aber, ähm, die ideale Lösung ist das leider nicht. Ähm, und das ist im Wesentlichen das, was Sie an Technik brauchen, ähm, 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 die Vorlesungen oder Vorträge aufzuzeichnen und dann auch zu schneiden. Ja, was, ähm, wäre noch dazu zu sagen, Grundsätzlich, ähm, können Sie auch OBS benutzen. Also Sie müssen nicht Streamlabs OBS benutzen, sondern Sie können auch OBS benutzen. Die Einbettung von Medien funktioniert reibungslos. Das zeige ich Ihnen vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz. Dafür blende ich, ähm, mal die Präsentation ein und würde zu einem entsprechenden, ähm, slide vorspringen. Ähm, und zwar handelt es sich dabei, das zeige ich vielleicht auch noch mal ganz kurz, ähm, Moment. So, geht es mit Sicherheit schneller. Ich spinne mal auf die 200. Na. So. Also das heißt, ja, einer, äh, ich war noch mal einen Verfrittner aus der Vorlesung. Ähm, zeige ich Ihnen auch ganz kurz wie Sie das realisieren können. Das ist ein bisschen trickreich, da Sie, wenn Sie mit der PDF arbeiten, dort natürlich kein Video einbinden können. Deswegen helfe ich mir hier mit einer Leerfolie faktisch. Sie sehen das hier, das ist der Text, dann sehen Sie hier das Bild entsprechend dazu und dann muss ich in der Vorlesung umstellen auf eben OBS, so dass im Stream selbst dann ein Video eingeblendet wird und in der Vorlesung selbst oder in dem Vortrag selbst sieht man dann genau diesen Screen, den Sie jetzt auch sehen in der Bildschirmaufnahme. Ich stelle jetzt mal ganz kurz auf das Medium ein, erschrecken Sie nicht, um Ihnen das zu illustrieren, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier den Ton ausgemacht, um Ihnen zu illustrieren, dass hier ein Video dann dahinter liegt. Sie sehen, das muss ich mal kurz finden, wo das ist, dass das hier als Medienquelle hinterlegt, sehen Sie auch und das können Sie mit beliebigen Files füllen. Sie können auch noch den, die Medienart oder die Abspielart hinterlegen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass sobald ich auf diesen, diese Szene gehe, ich automatisch auch, dass das Video startet und dann nicht durchläuft. Und wenn Sie das Ganze abgeschlossen haben, das Video durchgelaufen ist, dann wechseln Sie einfach wieder den entsprechenden Frame. Das Video wird ausgeblendet. Sie können zurückgehen in die Präsentation und dann geht es ganz einfach weiter. Das ist die einfachste Möglichkeit, Videos einzubetten und zu präsentieren. Es hat bis jetzt auch reibungslos funktioniert. Würde ich Ihnen anraten, so zu arbeiten. Im technischen und an Software-Now-How notwendig ist, um eine Vorlesung oder einen Vortrag alleine aufzuzeichnen und zu streamen. Würde ich Ihnen auch dazu raten, wenn Sie das mögen, das zu tun. Ob Sie das direkt live zu einer Videoplattform machen, möglich sind. Im Übrigen über OBS-Stream, Twitter, Twitch, YouTube, Facebook, alles was Sie sich vorstellen können, dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie das Ganze aufzeichnen, sich danach nochmal anschauen und möglicherweise separat dann online stellen. Gut, ich hoffe, dass es für Sie dieses kurze Tutorial und vor allem die Einführung in die Technik eine kurze Hilfe war. Ich würde schätzen, dass das ganze Equipment, was ich hier verwende, ungefähr einen Wert von 200 Euro hat. Möglicherweise liegt es ein bisschen drunter. Ich habe das Ganze nicht genau im Blick. Ach ja, vielleicht nur ein Hinweis, weil wir nochmal bei Technik sind. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Das Samsung Stage-Kit verbindet sich mit einem USB-Dummel. Also Sie sollten sich sehr gut überlegen, wie viele USB-Geräte Sie mithaben. Soll heißen, an einem USB-Anschluss hängt die Kamera, am zweiten USB-Anschluss hängt das Mikrofon und dann wird es bei dem einen oder anderen Rechner schon möglicherweise ein bisschen eng. Insofern sortieren Sie sich vielleicht Ihre Arbeitsmaterialien. Ich muss es beispielsweise so machen, dass ich meine Präsentationen auf das Desktop lege, weil ich die üblicherweise auf einem mobilen Datenträger speichere. Aber das sind kleinere technische Details, mit denen Sie sicherlich zurechtkommen. Also das ist sehr zu wünschen und zu erwarten. Und jetzt hoffe ich mal, dass die Bildschirmaufnahme über den Power Director gut funktioniert hat und zeige Ihnen noch den Abschluss der Präsentation. Und hoffe, dass das kurze Tutorial geholfen hat, ein wenig Einblick in die Software und vor allem in die Technik zu bekommen und möglicherweise den einen oder anderen oder die eine oder die andere anregt, das Ganze nachzumachen. Und möglicherweise habe ich dir, Susanne, damit schon geholfen, den Start auf der Vertretungsprofessur in Leipzig noch einmal herzlichen Glückwunsch zum Semester ein bisschen zu erleichtern. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal und ja, würde mich freuen, wenn Sie dem Kanal drüber bleiben. Also, tschüss.